hallo dass sie kommt zu der Städte gerne wieder mit den üblichen mit mir spart Spanke und nach Köln abkühlen Prozent und der Tod jetzt dies dann kommt so nahm es gehört ist ein Ziel vielmehr hinter dann die gleiche Schlacht und nehmen dreimal auf 8 ich weiß was wenn man es kann weiter das Richter dann haben die Zuschauer Abwechslung pur und weil wir ja auch nicht nur die ganze Zeit Silence Schlachten aufnehmen ne das ist so also ich hab jetzt immer Silence oder Mondstille also die ganze Zeit still ja in eure Schlacht kann ich gut rein wenn es 2 gegen 7 ist warum bist du auch raus du kannst dir Anteim Null Regan im Grunde 2 Abwechslung hier nicht nur leer stille oder so wird ja kommen die anderen ausleiten es hält sich hier gibt es in Lärm kommt ein Kontrakts vor Ort lehrt nur einmal Lärm stille sind so die Standortmaps reinkommen er weiß auch warum das ist dann auch mit sind weil ich dabei so wenn die Goldie kommt wo es so kommt hey tot komm rein hier sind die vier Plätze frei genau für uns da muss ich die Aufnahme ich lass dann mal die Aufnahme laufen ja klar ich muss aber hier noch 10 bis es absagen und schon wieder hat man in der Töste gehackert verdammt ich bin zu spät ausgedacht sag jetzt wie heißt die Schlacht komm ein Führer an das erste ist wieder ganz oben das sind die drei üblichen Verdächtige ein kleines ist Problem stehen hier nur zwei Sitzbückel ab war auch 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 Arte macht es mit er kann mit einer ich sie dann nehmen überlegt durch die sie dann in Deutschland der Zweck kann jemand die ich kann den Kostwerk verdammte Scheiße und das war die Spieler spielen ja kann jemand ist daneben einer Fick dich ja tot, ich will dich ärgern Alter wie wie schon vier Leute in der Schlacht waren so, jetzt bin ich auch gleich mal ein Wund von den Zuschauern nachgekommen und spielt man mit einem anderen Kombo ich wollte versuchen an der Mine vorbeizuführen, hab's da noch nicht geschafft weil er inkorpt und scheiße ist einer, weil ich von drei Donnern beschossen wurde Loll also habe ich dachte, jetzt schon die Bastion Mammut Smoky, jump runter liegt falsch rum runter schießt in der Luft mich ab, bekommt Blitze was? Kizerstörer 2 hat den gleichen Rang die Tankizer Störer? oder bist du bei Tankizer Störer jetzt aufgestiegen? Aluminium weg man hört ganz genau, wenn der, wenn der einfach mal kurz auf klack ja dann auf einmal raus er hört man auch Totenstille, es rauscht nichts mehr, es ist kein, es gibt keine technischen Probleme ey, äh, tot, 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 tot komm, wir gehen mal alle zusammen in den Angriff ja 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 gleich gleichflächlich, wir müssen da noch freuen, äh, nachteil, da oben liegen Minen Stern, muss das hast du schon drauf Smoky? äh, ja okay, dann gibst du uns Rückendeck wem, bm, tot, komm ich kann auch gern was anderes wollen ja ich hab kein Magazin los als er ist nur okay und wasp der trage hat und nicht immer Minen hin ja jetzt totheim nicht doch mal er hätte es gehe ich dran drauf Gamer ist dein Headset mit USB nein Loll mit Kabel mit den Stecker hat das USB oder diese zwei kleinen Stecker zwei kleinen Stecker zwei kleine Stecker oder hast du es einmal an am Kabel denn seins ist mit USB ich glaube meins ist mit USB also du hast nur einen großen USB-Sticker ja und den stecke ich unten ein er schiebt ihn unten hart rein st trotzkommel Lieberwahl heilen ich bin ja ich bin gerade aber verrecken Städter Sachen zu sagen Heimer Lieber diese Donnerdauer um die auch was macht das macht der Handwerker schlacht jeder Diktator und stattdessen wenn ich schon er hat eine Art eine Bange ich halte die Schuld soll jetzt gehe ich mir jetzt gehe ich an mich halten Loll warum ist der Scheiß-Monger Weg er hat mich hier auf ähm Leute wieso sind wir in diese Schlacht gegangen wenn ihr Trakt lang ja alle hat er geschrieben die Trenn sind dauernd aber auch egal die Gegner brauche noch zwei Flaggen wir brauchen noch 20 Flaggen er hat das Schrengteicht ab aber als ich hier bin alt der dritte ist es ist eine typische Gamer Schlacht boah das ist ja keine anderen Verschlacht brauchst das muss ich einfach nur mal so äh heimlich 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 schwingt in den Weg er bekommt er hat er in den Ecke und sie mit sich genau ein eigenes Geld an den Städten holen die Anfänger bei der Welt der Karte ist die Gäste ein Stochen er hat er muss noch gar nicht immer sind sie vor einem Bus 3 Gott ist kommentar wenn und Armin und ich wollte er der ist bei Gegner er ist ein Ernst Aluminium oder der erste Klingel die Kier und Stor legt mal wieder Mien st die man bei Gäben und auch er hat nicht sein Ernstmann bei ihm an Eier Stammler Komikistiker bitte ja erst als Station heißt welchen ist und Ries ja dann heil da ist die Stadt von Mannheim aber jetzt kommt der andere wird uns nach schon mehr schlug. Das war was anderes. Hey komm, wir wollten kurz den letzten raus. Nein, du hast nichts. Wir sind nur fünf. Tot, du zu sozialer Junge. Wir sind nur fünf. Ja, es geht auch nur fünf in die Schlacht. Ey, ernsthaft. Die Gegner sind sechs. Zeigendauert. Ah, jetzt ist einer drin. Tot, ein, zwei, drei, sieben, du Arschloch. Will ich ihn jetzt ausworten? Wer, wo, 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 wo. Ja, der letzte. Hallo, ich liebe Hayek hier nach unten. Ja, ha, 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 ha. Ja, ha, ha, ha. Jetzt kriegt das aber, du. Städten, ja, am liebsten. Ey, heil mich, heil mich, heil mich, heil mich, heil mich, tot, 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 tot. Wolt. Tot. Ja, Mann. Hallo, ich bin hier persönlicher Rippchenheil, Alter. Er war tot. Ja, äh, Stony hat gleich, ähm, easy, da, dann ist der mit mir in der Dev, und ihr bei dir könnt euch einen in der Angriff, keine Ahnung. Findersющ, ihr könnt ihr gleichzeitig, älter, verdammt, Positivechen. Er gibt mph ska, ich auch ganz genau. Ja, der hat genau drei Daumen. Und weil, wie die denn raus Führung? Ja. Daher wird er tror, das Flo machen, daumen nach unten verdammt! Hat er schon, hab ich doch. aber auch so stimmt stört mich ja nicht in der Stadt und ich wollte ich bin manchmal Volker in der Ausgabe er war auch nicht englisch nicht wo dadam wer kann das Bild im ich lege auf dem Kopf und jetzt wurde den letzten das sind doch dabei ich kann nicht mehr nach unten geben das ist ein Daumen auch egal die Echthilie bei mir in der Echthilie 2 er war ein neuer ja klar der hat sich selbst vernichtet kommen doch ja aber immer 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 Achtung Achtung ja die legen jetzt an ihn erde ich bin auch mit der Arme ein Zahn Schwanz ist Eier und Schwanz ist wohl und Porto ist auf die Links mit einem Miner und bei dem Tunnel ja ich habe es gesagt hier zu steuern also unser Minenlager reicht für's erst gut also ich bin mir mit Argo in Angriff an der Wähler gespielt diesen Tunnel da Leute 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 diesen Tunnel da legt ihn voll mit Minen wir müssen den oben auch verteidigen ja ok Argo fährt durch ach komm fahr hoch komm tot alle mal hoch das ist dahinter weil da ist auch mal runter runter ich muss runter auch bei ihr seid für die Angriffe eingeteilt Elke den Mann Angriffsdienst heute oder wie so war das ist meine Miete da weg ist schon gut mit dem Kopf von uns fressen für ein alt ich habe mir auch re zockt der zockt da immer runter wer hat mich abgeschossen der Linie gar nicht viele Minen 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 auch nicht der Smoke alter die kotzt mich an 8 Minen 8 Minen Gammeln da ja hier liegen jetzt auch welche Achtung wir machen hier Brückensperre kannst du an der Schockbahn wie geil ein Mann aus zwei dicke Mammuts steht er nach dem Motto bumm der Igel wohnt hier jetzt ich kann aber wie war das scheiß vor der Tür eurer Eltern steckt sein Stänkchen rein und schreibt ein Zettelchen der Igel wohnt hier jetzt ja ja ich weiß das was du oh los leg mal Minen weißt wenn die wenn die zwei wegfahren hunderte Ding da so 103 Minen naja die ganze Zeit alle auf eine Stelle fährt einer drüber BAM 100 Minen explodieren Städte Tänkchen Doppelschutz eh ich bin jetzt nur durchkommen liebe Freunde er hat oh Gott Gott sich heilt ich und das gar rückwärts gar nicht wenn es war es gab es geht es die schlanke war mit fährt über die schlanke war hobs gut alter lasst mich jetzt noch verdammte scheiße hoch und heil mich bitte noch dass er aus wir können sie nur verteidigen aber nein unser kumpel ist ins gegner team oooooh die in den nächsten an den vollen ist das ist nicht mehr feierlich aaaah Tocke Gironimo was wollen wir gegen nochmal machen gewinnt also warum hauen wir nicht in den Rückgriffsgang rein also ich gebe noch 13 Minuten und dann ist er um ähm her ja oooooh Alter der hat der ganze nix da hat der ganze Boden gedampft äh Bodendampfen by doings 3.50 bei ich 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 sie da und es ist das das ist normal und zum Tor der Wormann auch zu entge ja ja ich sie da kitzelt mit ihr am Rücken ey aber am Rücken und nicht am Bauch erklär mir das bitte ja egal einer fahr mal drück mal durch so und danke für 10 Min weniger ja du sagst schon auch so viel nicht ne ich jetzt mal eure unsere Base ich leg jetzt die Min nein du legst nicht die Min ich bin ich bin ich halte ich halte ich halte ich halte ich du kommst durch es hat jedenfalls eine andere Miene das Zockport Gammelt bei den Gegner in der Basin hat den ihre Flex Gerhard ein bis zu spät er soll ich wurde davor weggemacht Alter hier unten liegt keine Mine mehr auf eine 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 Apropos 5 4 4 4 4 5 4 3 4 4 6 4 4 3 4 5 5 4 5 5 6 5 5 5 5 5 5 6 5 anrufenkuscheln bei der Aufenthalt Sartreiter war er hat er auf euch schütteln abgeworfen die Kürtel auf euch die Kinder abrufen Prozent weiter wie es hier gerade vorwärts geht jetzt los 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 meine Vorform von Vorform von Vorhaben wir haben einen anderen anderen Regierungsgang kleiner Regierungsgang Fremdler kann man sagen die Mammutskomponente das war ganz episch aus man sieht so wie diese wie der Rippchen und Zockport sich hochschieben man sieht nur so eine Wand auszugeballt am Mammut Masse weil ich meine Kind Mammut Masse Mammut Masse die ist die ist extra stark extra dünn wird liebte auch wenn sie heute kaufen sie eine Trauerung der Eintracht für heute und nur bei die Händler ein paar jetzt los ich würde alles brauchen sie alles alles dafür gebe ich alles ist wieder in aller Anstatt ich will ja auch gar kein aufwählen wie geht sie ich habe ich habe aber ein neuer Prozent 79 10 Prozent ich hab nur noch 979 Doppelschutz was geht ab heute auch gar nicht ein und 40 Hex verbraten das war mehr als ein paar Kostelle ich glaube es auch das war der Spezial war war er hat das Beste zwar eigentlich das war ein total wenig an Drugs die wir verbraten haben aber ich komme so als letztes und habe am meisten ausgegeben da haben wir mal geschwäßt haben wir mal verglichen werde ich auch los zu so gut jetzt gibt er auch da auch gerade ich will die Umgebung ja man sich durch los jump unter jump unter jump und als auch nächste mehr ich kann schon bei den Gegnern mehr ich bräuchte man hier richtig hat unterstützt so geht aber eine Art Landet die Mammutskomm wieder Geld zu kommen und regtet Regler Frequers nennen wir nicht so wäre er ist so wichtig ist ja dass er sich die anderen wie geil man sich nicht nur an der Haar aus ich bin der was den Tags rein da sind wir einfach ich helfe jahre bei der Lied auf den Mann die kleine Box auch ehrlich gesagt ohne die Räder nicht die kleine Box aus unserem Team ist er heit 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 die helft wirklich gut mit muss man mal so was war jetzt sehr ihr Wunsch nein ich habe ich wollte die liegt wirklich Min ja ja das habe ich auch schon gesehen aber immerhin hat sie dich beleidigt was war sie mich beleidigt ja er sind hat ihm nervt übel bestimmt was ich muss abbiegen ich muss abbiegen er hat nun 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 das ist nicht vergessen ein Teil der Ange ich bin ich bin aber ich gebe dir in der Kronauer ich hatte nicht mehr lange auf Ackmann nein falsch ich bin ich das war er schiebt mich so durch die ganze Pampa und am Ende liegt mir auf dem Kopf eine die Folge wird über lange Alter wenn man das auf und weil die Folge sei es können so ich noch mal sagen in der Auge der Ackerst die sich zu tun am Facebook für die sich in den Buchen aus Facebook die hat er so da aber er hätte ich denke zu schauen zwei Stränen vor Ort macht der Punkt wer ist denn die Frage ist wo ich jetzt auch Alter, nein! Alter, ey, Marco Eto'o ist der übelste Banker, der hat alles im Zeihwasser angekommen, kann das sein. Junge? Ja, na klar, Bank, der habt ihr das nicht mitbekommen, ihr Schleifer. Doch, 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 aber der hat alles im Zeihwasser haben kann, glaube ich. Alter, der hat wirklich...